Die einzige wirksame Maßnahme gegen Schläfrigkeit am Steuer ist genügend Schlaf. Und wenn man für einmal zu wenig davon hatte, am besten auf Fahren verzichten. Aber das geht halt nicht immer. Um fit und aufmerksam zu bleiben, empfiehlt es sich nicht zu lange Strecken zu fahren und regelmäßig Pausen zu machen. Wenn einen die Müdigkeit dann trotzdem einholt, ist es höchste Zeit für 15 Minuten Turboschlaf. Anhalten, Wecker stellen, Turboschlafen. Und als kleiner Tipp, auch wenn Koffein höchstens eine kurzfristige Lösung ist, für einen Extra-Boost helfen nicht einer, sondern gleich zwei Kaffees vor dem Turboschlaf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017